hallo und herzlich Willkommen hier bei Far Cry Primal wir reiten da zum E-Zieler Lager da klopfen wir mal leise an hallo ist hier jemand zuhause jetzt kommen da welche ok weiß nicht wir müssen wahrscheinlich hier weiter mit unseren kleinen Elefanten ich entferne mich aus dem Gebiet der Elefant wollte ganz woanders hin aha vielleicht müssen wir da rein was haben sie da bloß wieder gemacht so den haben wir befreut weiter geht's schauen wo die blöde Kuh da ist wo die schöpfen ist ja wir gibts mehrere Ziele hier aufstehen weg ihr Affen so leise ernein so leise ernein so leise ernein yes Wir haben kein klar definiertes Ziel Wir nehmen das in der Mitte Das scheint auch ziemlich weit weg zu sein Ich glaub hier geht's erst richtig los Ich muss da noch Ah Ich glaub Da ist auch noch einer von uns Okay So, was freuen wir dich auch noch Hey wo ist denn jetzt mein Elephant? Oh 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 Was Das ist mein Elephant leider zu gut Scheiße Oh Okay Jetzt haben wir sie am Arsch Wow Wow Dunkel bin ich ein bisschen falsch Neue Ziele auf der Kante Neue Ziele auf der Kante Wo sind denn die anderen da? Oh 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 Befreie befreien muss ich alle Oh Ist der hoch oder was? Komm schon Tigris Oh 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 Ist da auch noch einer dran? Wo ist der andere? Wo ist der andere, den wir befreien müssen? Hier. Hier haben wir befreit und jetzt, wo muss ich jetzt hin? Wir machen das im Schnelldurchgang. Jetzt müssen wir wieder runter. Oh Mann ey. Okay, wieder zurück. Ich muss alle Venya befreien, alle meine Mitstreiter, damit wir Bataris Tempel angreifen können. Okay. 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 Geh, geh! Soap this! Arschloch. so jetzt aber schnell weiter zum tagen so ein blödes scheiß drecks marmut am arsch ist dich du blödes mammut was hab ich dir getan wahrscheinlich gleich noch irgendwie ein alligato was ist das bescheuert oder was es greift mich einfach an das gibste gar nicht es ist um den ganzen see gerannt oder was das blöde mammut mammut sag ich schon das blöde nachfrauen greift mich einfach von hinten an so und wir versuchen immer noch unsere leute zu befreien wollen wir uns so ein mammut mitnehmen komm schon wir können freunde sein und du kannst mir helfen keine angst ich steck dich eventuell nicht an weil es die ist es es das es 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 es